Das ist hier nichts, ne? Das ist ein Mundschutz. Boom! Ja, ich würde das mal schauen, wenn ich das mal mache, das so ganz schön vertreten ist, wenn ich das Gebäude trage, das ist doch geil! Noch unverständlicher als das Original, aber vielleicht auch noch ein ganz bisschen schneller. Ja, Leute, hier ist Axel. Und ich wollte mal so, habe mal so überlegt, so einen Film zu drehen. Und damit ich auch krasse Special Effects machen kann, brauche ich natürlich Geld. Und ich habe halt nicht das Geld für einen Film, so einen richtig krassen Film, auch 3D und in Kinos und vielleicht auch im Ausland gezeigt. Müssen wir mal schauen. Und der Film hat auch geile Story und so, geile Schauspieler, die dabei sind, kann ich aber noch nicht nennen, ist top secret. Und jedenfalls brauche ich dafür Geld. Und, jo, mein Geld, was ich so habe, das würde nicht ausreichen. Und deswegen bitte ich euch, mir zu mehr Geld zu verhelfen. Nein, ihr müsst gar nicht bezahlen, natürlich nicht. Aber ich habe ja mal so vernommen, dass man mehr Aufrufe gleich mehr Geld und so. Und um mehr Aufruf zu bekommen, braucht man mehr Likes, damit man ja gerankt wird. Also bitte ich euch jetzt, das Video zu pausieren und zu liken. Haha, ich bin so ein Arsch. So gemein. Jetzt müsst ihr liken. Voll Fiepst. Und zwar glaube ich aber, dass ihr nicht dafür so krass im Kopf seid, so, um das Video zu pausieren. Deswegen lege ich jetzt eine Pause ein, eine Sprechpause. In der Zeit könnt ihr liken. Und wenn ihr ganz schnell seid mit dem Liken, dann könnt ihr auch noch kommentieren, wie heiß ihr mich findet. Eins von nicht heiß und zehn voll heiß. Ja, okay, jetzt gebe ich euch eben Zeit. Ich lege eben eine Pause ein, dann könnt ihr das alles machen. Okay, los geht's. Oh. Ja. Ich wollte euch eigentlich noch mehr. Ja, gibt's halt jedem, aber ich glaube, ja doch. Bevor ich mir hier schlimme Sachen mache, boah, hätte mir gerade Fatimask abgezogen, als ich gleich die abreißen wollte. Wurde nämlich verprügelt, wie jeden Tag. Musste mich abkleben, ein bisschen so abkleben, so, bis das ganze Blut nicht so runterläuft. Ja. Dann hoffe ich mal, dass wir das zusammen schaffen können. Äh, ja, und dass ich auch bald im Kino bin. Ja, Alter, 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 Alter! Und hat's Nase? Keine Ecke. Ja. Bis zum nächsten Mal.